Juhu! Die dritte Position mit dabei! Das Fahrzeug vor den Beatrix! Schlepp-Zimmer! 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 Und die Bürgerplätze sind dran! Auf Platz 2 und 3! Entfaltung ist noch nicht gefallen! Stockerheim, Hoffnungslauf! Bis 80 Wettkampf PS beim Bigger Race 2011! Und ein Beckenburg vor Pornheim! Das Steakschung ist eine große Ergibtnis! Das Blu-Tex-Team ist beim Beckenburg-Vorpommern. Das Blu-Tex-Team ist beim Beckenburg-Vorpommern und der Wälder-Sauplatte, die Zuführer der Zähne an. Die Blu-Tex haben die Nase vor. Sie sind hier mit Schlepp-Zimmer vor dem Stockverdienten-Gemotiv!